ja liebe leute weiter geht's heute mit assassin's creed origins so wir müssen jetzt mal bis sie was tun und zwar und zwar und zwar wir haben hier zwei gute nebenquests die hier unten auf jeden fall aber ich würde sagen wir machen erst mal das cobra nest irgendwie habe ich da jetzt gerade ein bisschen mehr bock drauf so ok ja manchmal war einmal jump einmal jump und noch mal jump jetzt gehen wahrscheinlich die energie abgezogen können wir nicht wir machen heute jetzt das cobranisch ich bin noch ein bisschen dran mit vorbereiten liegt aber daran wie gesagt dass ich demnächst nur da fahre also beziehungsweise ich glaube wenn die folge draußen ist ja aber die folge draußen bin ich eigentlich schon wieder bin ich immer noch oder gerade erst oder ist es samstag eigentlich kommt ja am samstag raus so wo ist denn die sind die cobra da unten 22er cobra ist das die gibt mal kurz dem konter die gute das war die jüdigen Dann machen wir das mal eben kurz so. Du bist aber nicht der Königskobar. Leg dich erstmal schlafen, mein Freund. Leg dich erstmal entspannt schlafen. So, jetzt muss ich gerade gucken. Hier liegt noch eine Frage, kann ich dich jetzt... So, jetzt haben wir sie. Meine Güte, das war die Scheiße. Oh, ja, ich mein... Jagdbogen. Okay. 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 Na ja, gut. Wir haben sie dann mal hingekriegt. So, das wollte ich schon mal... Was machen wir denn jetzt noch schnell? Hier wäre noch ein... ...Shot zu holen. Das will ich eigentlich gerne machen, noch schnell. Ja, wir sind momentan eh ein bisschen dabei, diese Nebenaufgaben zu machen. Jetzt nichts Großes, nichts Besonderes, sondern ein bisschen Nebenzeugs. So, jetzt hatte ich... so aber versteckt oder per uhr wie auch immer wie es ausgesprochen wird so ich könnte ja ich muss gerade gucken ob ich hier noch feinde habe hier sind der schatz da ist ein feind minimum einer zwei drei gut der schatz scheint wohl da oben zu sein oder auch nicht das letzte was du getan hast sind also viele dass die hier nicht auf dem schirm hatte wir sind ja fast schon der will 26 ein aber noch darum stehen ein bisschen kleines geht aber hier muss ja wohl noch ein shot sein leider war da also leider für dich war das die letzte tat hier ist sicher so nehmen wir alles mit und wir sind immer noch nicht wir sind immer noch nicht level 26 na gut ich habe mich überhaupt nicht auf dem aber schlägst du mich aber es wäre gut jetzt hier na gut ich werde immer mal eine folge hier ich kriege einen anruf ich muss mal raus bis dann du 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 Untertitelung des ZDF, 2020